Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Heute Abend bist du vielleicht Gastgeber eines gesellschaftlichen Ereignisses in deinem eigenen Zuhause, Löwe. Anfangs wirst du vielleicht etwas nervös sein, weil du dich fragst, ob alles reibungslos ablaufen wird. Aber sei dir sicher, dass sich deine Bemühungen auszahlen werden und die Veranstaltung ein Erfolg wird. Du wirst nicht nur die Gesellschaft deiner Gäste genießen, sondern vielleicht auch neue Kontakte knüpfen, die dir die Türen zu spannenden beruflichen Möglichkeiten öffnen können. Nachdem du dich von deinen Gästen verabschiedet hast, nimm dir etwas Zeit für einen gemütlichen Spaziergang. Das wird dir helfen, deinen Kopf frei zu bekommen, der vielleicht mit einer Vielzahl von Gedanken schwirrt. Dies ist die Zeit der großen Gästen und der kühnen Auftritte, Löwe. Die aktuelle Ausrichtung der Planeten kann zu Spannungen in einer Beziehung führen, egal ob es sich dabei um eine Beziehung zu einer anderen Person oder um deine Beziehung zu dir selbst handelt, zb wie du mit deinem Körper umgehst. Nutze diese Energie, um in der Trainingsszene für Furore zu sorgen. Gehe an deine Grenzen, steigere die Gewichte und strahle die Art von Energie aus, die andere inspiriert und motiviert. Du könntest auch neue Fitness-Ups ausprobieren oder mutig neue Übungen lernen, um deine Routine aufregender zu gestalten. Die Zusammenarbeit mit anderen könnte sich heute als schwierig erweisen, da du feststellen könntest, dass die Menschen um dich herum ihre Arbeit auf unausgereifte Weise angehen. Das kann frustrierend sein, aber versuche, über ihr Verhalten hinwegzusehen und den kreativen Funken, den ihre kindliche Herangehensweise mit sich bringt, zu begrüßen. Finde Wege, um das Beste in deinen Kolleginnen und Kollegen hervorzuholen und konzentriere dich auf die positiven Aspekte der Situation. Die aktuelle Astralkonfiguration bietet dir die Möglichkeit, dich auf eine Weise auszudrücken, die das Herz eines besonderen Menschen berührt, Löwe. Wenn deine bisherigen Versuche, sie oder ihn zu überreden oder zu überzeugen, gescheitert sind, hat der Kosmos eine Überraschung für dich auf Lager. Achte auf etwas, das du sagst, oder ein bestimmtes Gespräch, das du führst, denn darin liegt der Schlüssel, um ihr Herz zu öffnen und eure Verbindung zu vertiefen. In deinem Leben, Löwe, ereignet sich ein geheimes Ereignis von großer Bedeutung, das du vor neugierigen Blicken verbergen solltest. Dieses geheime Ereignis markiert einen persönlichen Wendepunkt in deinem Leben und birgt immense Weisheit und das Potenzial, deinen zukünftigen Weg auf eine Weise zu gestalten, die anderen verborgen bleibt. Vertraue auf deine Intuition und erlaube diesen Geheimnis, in den Tiefen deiner Seele zu wachsen, denn es birgt transformative Kraft. Lass dich von der Diskretion verführen, genieße die rätselhafte Natur dieses verborgenen Schatzes und genieße die tiefgreifenden Auswirkungen, die er auf dein Schicksal haben wird. Heute sorgt der quadratische Aspekt zwischen Zwillingsmond und Neptun für Drama und emotionale Spannungen. Es ist wichtig anzuerkennen, dass du vielleicht nicht die ganze Wahrheit über eine Situation kennst und dass es zu Missverständnissen kommen kann. Die kosmische Energie bringt eine erhöhte Sensibilität mit sich, die dazu führt, dass die Menschen das Schlimmste annehmen und es zu Reibereien und Depressionen kommen kann. Achte darauf, die negativen Gefühle anderer nicht aufzusaugen und deine eigenen Ängste nicht auf sie zu projizieren. Begegne Gesprächen und Interaktionen mit aufmerksamen Zuhören und einem offenen Herzen, um Klarheit und Verständnis zu schaffen, auch wenn es zu Missverständnissen kommen kann. Wenn du die Herausforderungen mit Einfühlungsvermögen und Präsenz meisterst, kannst du harmonische Beziehungen aufbauen und dein inneres Gleichgewicht bewahren. Deine Anwesenheit ist wichtig, wenn wir uns täglich auf die Suche nach den mystischen Energien machen, die unser Leben bestimmen. Zögere also nicht, in die himmlischen Strömungen einzutauchen, indem du unten einen Kommentar hinterlässt und dein persönliches Horoskop und die darin enthaltene positive Botschaft beanspruchst. Denke daran, dass deine Stimme so einzigartig ist wie die Sterne am Himmel, und gemeinsam können wir eine himmlische Symphonie der Erleuchtung, Ermächtigung und Inspiration erschaffen. Lass dich auf die Magie ein, teile deine Gedanken und lass das Universum deine himmlische Melodie hören. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Das Ast der Kelche steht für Liebe, emotionalen Reichtum und Neuanfänge. Diese Karte deutet darauf hin, dass du heute eine Welle der Liebe, des Mitgefühls und der emotionalen Erfüllung erleben wirst. Es bedeutet eine Zeit tiefer emotionaler Verbindungen, innerer Harmonie und des Potenzials für neue Liebe oder die Vertiefung bestehender Beziehungen. Das Ast der Kelche ermutigt dich, dein Herz zu öffnen und die Fülle an Liebe und Freude, die dich umgibt, anzunehmen. Es erinnert dich daran, dein emotionales Wohlbefinden zu pflegen und bedeutungsvolle Beziehungen zu kultivieren. Diese Karte lädt dich dazu ein, in die Tiefen deiner Gefühle einzutauchen und die transformative Kraft der Liebe anzunehmen. Neben dem Ast der Kelche haben wir die Sechs der Stäbe. Diese Karte steht für Sieg, Anerkennung und das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Sie steht für eine Zeit des Feierns, des Triumphs und der Anerkennung deiner Bemühungen und Fähigkeiten. Die Sechs der Stäbe lädt dich dazu ein, deine Erfolge zu feiern und die damit verbundene Anerkennung anzunehmen. Sie erinnert dich daran, Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben und stolz auf deine Leistungen zu sein. Diese Karte steht für eine Zeit der positiven Bestätigung und die Erfüllung deiner Ziele. Das Ast der Kelche und die Sechs der Stäbe bilden zusammen eine kraftvolle Kombination für diesen Tag. Das Ast der Kelche steht für emotionalen Reichtum und Neuanfänge, während die Sechs der Stäbe Sieg und Anerkennung betont. Nimm heute die Energie des Kelches an, indem du dein Herz für Liebe und emotionale Erfüllung öffnest. Pflege bedeutungsvolle Beziehungen und sorge für dein emotionales Wohlbefinden. Erlaube dir, tiefe Verbindungen zu erleben und die transformative Kraft der Liebe zu nutzen. Verkörpere gleichzeitig die Energie der Sechs der Stäbe, indem du deine Leistungen feierst und deine Fähigkeiten anerkennst. Habe Vertrauen in deine Fähigkeiten und sei stolz auf deine Leistungen. Freue dich über die Anerkennung, die du für deine harte Arbeit und dein Durchhaltevermögen erhältst. Diese Deutung steht für einen Tag des emotionalen Überflusses, des Feierns und der Anerkennung. Lass dich von der Energie des Kelches inspirieren, indem du in die Tiefen der Liebe und der emotionalen Erfüllung eintauchst. Nutze die transformativen Qualitäten der Sechs der Stäbe, wenn du deine Erfolge feierst und die damit verbundene Anerkennung annimmst. Denke daran, dein emotionales Wohlbefinden zu pflegen und bedeutungsvolle Beziehungen zu knüpfen. Sei stolz auf deine Fähigkeiten und genieße die Anerkennung, die deine Leistungen mit sich bringen. Wenn du die Qualitäten des Kelcheses und der Sechs der Stäbe kombinierst, kannst du mit einem Herzen voller Liebe, einem Gefühl des Triumphs und dem Potenzial für große Freude und Erfolg durch den Tag gehen. Bis zum nächsten Mal.